Ich habe übermorgen Geburtstag und ich habe mir einen Wert von 1000 Euro Ballkleider bestellt, weil ich ein wunderschönes Geburtstags-Instagram-Foto machen möchte und ihr müsst mir sagen, welches davon ich behalten soll und für das Foto nehmen soll. Ich glaube, pink wird es nicht, weil ich habe mir extra eine Torte anfertigen lassen, auch für das Bild und für den Tag. Die sieht so anders aus, als ich wollte. Die ist komplett pink. Und das sticht sich dann bestimmt mit dem Kleid, oh mein Gott. Ähm, okay, also das ist das Pinke. Und ich finde, das sieht so schön aus, oh mein Gott. Als ich die Kleider bestellt habe, dachte ich, das würde mir am besten gefallen. Deswegen probieren wir das als nächstes. Das ist auch süß, aber das ist ein bisschen kleiner. Das hat so einen extremen Ausschnitt. Aber ich finde, das ist voll die schöne Farbe. Lila ist meine Lieblingsfarbe, also wäre es sehr passend, wenn das Kleid hier richtig schön sitzt. Ich glaube, ich mag dieses Glitzer hier nicht so gerne. Die Farbe gefällt mir eigentlich echt gut. Und der Rücken, der ist so komplett offen. Das ist auch schön. Oh, I don't know. Bisher hat mich noch nicht zu 100% umgehauen, deswegen setze ich jetzt mein ganzes Vertrauen in dieses babyblaue Dress. Okay, das glitzert hier unten auch komplett. Das ist der Rücken.